Yo man, what's poppin' man, I'm a rockstar right now, you can't see me, I'm livin' off the edges of Los Angeles Beach. Man, we poppin' this shit man, we rockin' it. Nächste Woche hab ich Feature mit Drake und so, deswegen, ich weiß nicht, ob ich noch weiter YouTube machen kann, Freunde. Das ist halt momentan ein bisschen schwierig, wenn man ein Popstar ist. Ich halt meine Schnauze ist, okay, wir machen jetzt Among Us Videos. Und ich mein sowieso, warum sollten wir ein Rockstar sein, wenn wir ein Among Us YouTuber sein können mit Momo. Hi! Oh, das ist sowieso viel besser. Und somit starten wir auch ein heutiger Video, Freunde, denn Momo und ich schauen uns zusammen Among Us Animationen an, die, glaub ich, eigentlich nicht auf YouTube hochgeladen werden sollten, sondern auf einer anderen Seite. Und kannst du... That's nasty, bro. Alright, we're on the side, we go to the video now. Can you please give me a cup of water? I need a cup of water. Wie gefällt euch der Britische? Und ihr wisst, ich komm immer mit den meisten random Animationen aus dem Nichts. Ich hab diese einen nur gesehen, Freunde, nur diese eine, ne? Und... Bro... Bro, warum? Okay, let's go. Vor allem einfach Wii-Musik, Digga. Das ist legendär, aber ich muss sagen, das ist geil animiert, Digga. Die Karte und so hat er in seiner Hand und sowas, Bruder. Vor allem dieses Lecht und alles, das ist schon stabil, so muss ich zugeben. Es geht los. Oder was auch immer die da macht. Ich schwöre, was auch immer die da macht, Bruder. Das ist genau wie diese Weiber, die ins Fitnessstudio gehen, einfach nur ein Bild dazu machen. Oder die steht einfach nur da, um ihm den Arsch zu zeigen. Geh doch in den Vent rein, wenn du sie schon aufmachst. Oh, no, 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 no. Oh, mein Gott. Oh, nein. Grün hat seine Aufgaben fertig. Oh, Junge. Ich lasse es einfach unkommentiert. Zafi, Freunde? Wir lassen es einfach unkommentiert. Wir sagen dazu aber gar nicht. Lost. Aber wie gesagt, das gerade eben kannte ich schon, Freunde. Kommen wir jetzt zu einem, was ich nicht kenne. Ist das ein Copyright-Song? Ich hoffe nicht, Freunde. Egal, wir lassen es trotzdem drin. Kack drauf. Einfach Minecraft-Charakter macht gerade Aufgaben. Right, Bruder. Einfach dieser Blick. Are you serious? No. Hops genommen. Hä? Wer war jetzt, Imposter? Rot dachte, er war der Imposter, aber er war es nicht. Brr. Brr. Ich sehe jetzt schon, Freunde. Der Charakter, der gefällt mir. Wir gehen weiter. Von Minecraft. Oh, der Minecraft-Typ ist wieder da. Steve, Bruder. Aber es geht ab. Der chillt aber gerade einfach nur. Jetzt gleich kommen. Hä? Er war einfach gerade am Essen, Digga. FBI Open Up. Das ist der. Oder allein, wenn man diese Fresse sieht, Digga. Ich denke direkt an Awaiwi. Hä? Er hat einfach alle gegessen. Sieht zumindest so aus, wenn die gegessen wurden. Hä? Okay. Okay. Ehre. Das sind aber so richtige, kleine Mini-Animationen, Bruder. Die gehen irgendwie ganz, ganz schnell. Aber ich meine, ey, wir haben Zeit, Freunde. Wir geben uns direkt das Nächste. Oh, Asteroids. Digga, das sieht so geil animiert aus, irgendwie. Wie macht man sowas? Also ist das wirklich animiert? Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, ist das so vielleicht mit Knete oder so? Bruder, wie komme ich auf Knete? Bin ich behindert? Egal, manchmal, ja. Junge. Haare, jetzt bleib mal außen, Alter. Was sagt ihr? Wer ist Imposter? Okay. Der eine macht die Aufgaben. Eigentlich dumme Frage. Und der andere ist aus dem Bett gekommen. Lost Nave. Oh, no. Hä? Hä? No. Was? Kann er? Hä? Okay, ich dachte eigentlich, er drückt jetzt den Knopf und schießt auf den selber, auf den typischen Typen. Aber warum? Verstehe ich das alles überhaupt irgendwie? Oder bin ich blöd? Wir gucken uns das kurz nochmal an. So, er will den abstechen. Und dann ist er auf dem Knopf. Hä? Ja, und jetzt? Oh! Da waren zwei Leute! Oder? Bin ich dumm. Das ist dunkelgrün doch, oder nicht? Und das ist... Ja, das sind zwei verschiedene Personen. Hä? What the fuck, Bruder? Bis man das gecheckt hat, Digger. Brauchst du Jura-Abitur? Vor allem Jura-Abitur, ne? Dann merkt man, dass ich kein Abi hab. Naja, ich hab Fach-Abi-Freunde. Okay, next one. I hope I don't get problems with the music. Brauchst du? War egal. Oh. Wo war da jetzt der Sinn? In welcher Welt hat so ein Video 13 Millionen Klicks und warum? 1-8-7! Playing three Impostors be liked. There's one crewmate Among Us. Ich schwöre, Freunde. Wenn man mit drei Impostoren spielt, die Runde ist so schnell zu Ende. Du bist einfach ganz alleine. Okay, weiter mit... Oh, das ist Stickman, oder nicht? Von dem ist ja auch die neue Map. Die Aship-Map. Ach, voll geil. Among Us, alle zusammen. Ja, okay. Ich glaub, die tanzen einfach nur, oder? Passiert auch noch was anderes? Oh, ja doch, wirklich. Discuss. Vote Henry. Nein, ey, lass Henry in Ruhe. Uff, herrnie. What, warum will ich... Nein, der Arme, Digger. Die wollten einfach den armen Stick... Guck mal, wenn wir da noch weiter tanzen. You're so distracting. Ich bin confused. Okay, next one. Sayonara da. Oder gucken wir Anime, oder was? Oh, wei, wem. Junge. Ich kenn das nicht sogar irgendwoher, aber aus welchem Anime ist es? Ist das ein Anime? Irgendwoher kenn ich das. Oder kannst du den jetzt einfach töten, Alter? Junge, das ist Among Us. Abonnier, oder du bist das? Freunde, ihr kennt ja alle wahrscheinlich Siren Head, Digger. Ich eigentlich nicht. Ich hab keine Ahnung, woher der Typ kommt. Schreibt mal wirklich in die Kommentare, woher kommt dieser Serien-Typ? Und warum? Aber egal, der ist auf jeden Fall jetzt hier auch, oder? Sogar eine Minute geht die Animation. Oh mein Gott, Digger, was für ein Privilege, Alter. Okay. Brr. Brr. Im Müll stecken geblieben. Egal, Bruder, zieh einfach runter den Dings. Mach es. Jetzt. Oder wenn das kein Copyright miss ist, Digger. Egal, Gelb, mach du das. Komm, zieh. Zieh. Jetzt, Digger, der sieht voll hässlich aus. Zieh jetzt. Endlich, Alter. Oh, nee. Bruder. Das sieht eher aus wie Glory Hole. No sexual an der Stelle. Was gucken wir hier für Videos an? Und warum? Ich dachte, die erste Animation war lustig so, ne? Aber, Bruder, was ist denn das mit dem Rest passiert? Okay, die Animation heißt I like your cut, G. Und das muss doch schon lustig sein, Digger. Komm, die sind einfach gerade zusammen an Videos gucken, oft chillig, Digger. Schwarz killt den einfach. Oha, Bruder, komplett abgestochen. Wer kommt? Wer kommt? Gelb. Wer checkt es aber nicht? Oder? Checkt der es? Hell no. Hat der das jetzt aber gesehen oder nicht? Ach so. Auf einmal eine ganz arabische Großfamilie ist da. Ich bin von Ramoyazalame. Und wen haben die jetzt gewartet? No. Ich dachte, der hätte die gerufen, aber die haben ja einfach alle dabei erwischt. Vor allem einfach hier, dieselbe Farbe, da, da, überall. Warum heißt es jetzt I like your cut, G? Ah, nee, das heißt gar nicht so. Nevermind. Ah, hier heißt es I like your cut, G. Das würde ich sehen. Oh, you playin' Minecraft. I like your cut, G. Oh, no. Komm, Nackenklatscher. Oh, ohne Reverse Card. Oh, mein Gott. Klatsch voll, der ist rum. Spielt eh keiner mehr. Oh, die hat eine doppelte Reverse Card. Was ist das für eine Animation? Egal, wir haben noch eine, Freunde. Let's go. Compilation. Oh, you playin' Minecraft. Oh, you playin' Minecraft. Aber das ist jetzt ein Minecraft-Charakter. Hat der jetzt wieder so eine ohne Card? Oh, nee, die klatschen einfach. Der arme Junge. Okay, das ist eigentlich die ganze Zeit dasselbe, nur mit anderen Figuren. Der explodiert. Hä? Boah, das ist ein Creeper. Okay, jetzt mit Roblox. Da kommt jetzt, uff. Dann halt nicht. You playin' Minecraft. I like your cut, G. Jetzt mit Spitzhacke. What the heck? Wo macht das Sinn? Das ist alles dasselbe eigentlich. Ich dachte, der wird zwar wenigstens irgendwie ein bisschen anders. Aber das ist die ganze Zeit dasselbe. Jetzt haben die zwei Personen. Und was machen die jetzt? Ja, wow. Das ist so lost. Jetzt sind die ohne Leute da. What the fuck? Habt ihr mit sowas überhaupt gerechnet? Okay, Freunde. Wir geben uns noch kurz das allerletzte. Und zwar das hier mit Mario. Und das muss ich sehen. Minecraft Steve smashed Super Mario. Hey Steve. Hey Mario. Wanna play smash? Sure. Oh mein Gott. Oh mein. Ich beende das Video jetzt. Haut rein, Freunde. Wir schauen uns nächstes Mal an. Mountain. Mountain touto. Löse. , ahn, der re Vielen Dank.